Musik Es ist mal wieder Mittwoch und damit Zeit für Ihre DJZ-News. Willkommen hierzu. Waffen einkassiert. Sechs Langwaffen, vier Kurzwaffen, 5000 Schuss Munition sowie zwei Luftgewehre hat die Waffenbehörde des Landkreises Gießen im Hause eines vermeintlichen Reichsbürgers sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilt, hat die Waffenbehörde aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsgerichts am gestrigen Dienstag zugeschlagen. Neben den genannten Waffen seien weitere auf dem Gelände eines Schützenvereins im Kreisgebiet sichergestellt worden. Durch die Waffenbehörde sei darüber hinaus die waffenrechtliche Erlaubnis des Beschuldigten entzogen, als auch ein Waffenbesitzverbot für die Zukunft verfügt worden. Die betreffende Person sei im Vorstand des Schützenvereins aktiv. Verdener Jäger sind Publikumsliebling. Die Jägerschaft des Landkreises Verden hat den Publikumspreis des Wettbewerbs Deutscher Engagementpreis 2023 gewonnen. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro teilt sich die Jägerschaft mit der Rehkitzhilfe Franken. Die Jury hob bei dem Festakt das besonders beispielgebende Engagement der Gewinner hervor. Jürgen Luttmann, Vorsitzender der Jägerschaft, sagte, wir freuen uns riesig über diesen Preis. Er steht stellvertretend für die großartige ehrenamtliche Leistung aller Jäger in Deutschland. Zum Thema Wolf. Umweltminister versagen. Der DJV zeigt sich enttäuscht über die Ergebnisse der 101. Umweltministerkonferenz zum weiteren Umgang mit dem Wolf. Es ist ein schlichtes Rissreaktionsmanagement, aber kein regional differenziertes Bestandsmanagement, bilanziert Helmut Damann-Tamke. Die Konferenz habe es leider verpasst, die Weichen für ein möglichst konfliktfreies Zusammenleben mit dem Wolf zu stellen, so der DJV-Präsident weiter. Denn die Umweltministerkonferenz bleibt weiter hinter dem Forderungskatalog zurück, den die die Ministerpräsidentenkonferenz Mitte Oktober verabschiedet hat und setzt sich nicht ansatzweise den Koalitionsvertrag der Bundesregierung um. Die Ministerpräsidentenkonferenz bezeichnet unter anderem die bisherige Rechtsgrundlage für Regionen mit Wolfsproblemen als nicht mehr hinreichend. Es bestehe dringender Handlungsbedarf auf Seiten der EU und der Bundesregierung. Mit Spannung erwartet der DJV nun die in Aussicht gestellte Wolfsverordnung und die angekündigte schnellere und unbürokratische Entnahme von Einzeltieren. Hochsitze abgefackelt. Nahe dem Tagbau Garzweiler Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte kürzlich zwei Hochsitze angezündet. Wie die Polizei mitteilt, brannte es zuerst kurz vor 16 Uhr auf einem Feldweg an der L241 in Titz und gegen 16.30 Uhr an der L277 in Bettburg-Kirch-Herten. Ein Hochsitz konnte gelöscht werden, den anderen habe die Feuerwehr kontrolliert abrennen lassen. Täterhinweise nimmt die Polizei Aachen unter Telefon 0241 95 770 entgegen. Wilderer in Unterfranken. Ein Jäger hat vor wenigen Tagen zwei gewilderte Rehe auf einem Feld in Leidersbach, Landkreis Miltenberg, gefunden. Beide Stücke dürften Ende November erlegt worden sein. Die Kadaver wurden auf einem Feld in der Verlängerung der Brunnengasse aufgefunden. Da eine berechtigte Jagd derzeit ausgeschlossen werden kann, wird wegen Jagdwilderei ermittelt. Die Polizei Obernburg hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 06022 6290. Jetzt zu was Erfreulicherem. Seit mittlerweile einem halben Jahr gibt es das neue DJZ-Online-Magazin auf Parei Go. In unserer App finden Sie sämtliche Artikel der Deutschen Jagdzeitung und mehr als 1000 Filme. So haben Sie Ihre DJZ immer und überall dabei. Noch nicht reingeschaut? Dann haben Sie jetzt die Chance, das Ganze für Umme zu tun. Noch den ganzen Dezember bieten wir Ihnen den Zugang kostenlos und unverbindlich. Den Link zum Angebot des Probemonats finden Sie unter diesem Video. Unbedingt testen. Weidmannsheil. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020